Liebe Reka, liebe Alex, ich frage euch für euren Familien und für euren Freunden. Wollt ihr miteinander euer Leben teilen und nun den Bund für euer Leben schließen? Wollt ihr füreinander da sein, in schönen wie in schwierigen Zeiten? Wollt ihr miteinander lachen und feiern, aber auch miteinander weinen und trauern? Wollt ihr euch immer gegenseitig ein geborgenes Zuhause sein, den Respekt voreinander bewahren und Hand in Hand durchs Leben gehen? Wollt ihr euch gegenseitig als Ehemann und Ehefrau anvertrauen? Alex, wenn du die so willst, so antworte bitte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Und Reka, wenn du dies so willst, so antworte bitte auch du mit einem Ja, ich will. Ja, ich will. Und Reka, wenn du dies so willst, so antworte bitte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020